Wer ist Magdalena? Ich bin Magdalena und ich gehöre zu Vio. Wer ist Janik? Ich bin Janik und ich gehöre zu Vio. Wer ist Nicole? Ich bin Nicole und ich gehöre zu Vio. Wer ist Alex? Ich bin Alex und ich gehöre zu Vio. Wer ist Vanessa? Ich bin Vanessa und ich gehöre zu Vio. Ich bin Vanessa und ich gehöre zu Vio. Das bedeutet für mich, alle Menschen sind gleichwertig und haben gleiche Rechte. Und jeder Mensch ist wertvoll und deshalb soll niemand schlechter behandelt werden als jemand anders. Artikel 11 ist mir wichtig, weil das Gesetz mich zum Beispiel dafür schützt, als Unschuldiger ins Gefängnis zu kommen oder verurteilt zu werden, obwohl ich nichts getan habe. Artikel 12 ist mir wichtig, weil ich nicht möchte, dass andere meine WhatsApp-Nachrichten lesen, sich meine persönlichen Fotos angucken oder meine privaten Daten durchmüllen. Artikel 14 ist mir wichtig, weil ich möchte, dass die Menschen, die aus Kriegsgebieten flüchten und bei uns Zuflucht suchen, sich bei uns sicher fühlen. Artikel 19 ist mir wichtig, weil ich meine freie Meinung äußern möchte und nicht dafür bestraft werden möchte. Eine freie Meinungsäußerung ist außerdem wichtig für eine Demokratie. Artikel 26 ist mir wichtig, weil auf eine gute Bildung einfach nicht zu verzichten ist. Nur Menschen, die gebildet sind, können ihren Horizont erweitern und ihre Träume erfüllen. Außerdem gibt es viele Kinder in vielen Ländern, die kein Recht auf Bildung haben. Sie müssen arbeiten und dürfen einfach nicht zur Schule gehen. Mir ist auch Artikel 29 wichtig. Man sollte nämlich auf andere Menschen Rücksicht nehmen und nicht nur handeln im eigenen Vorteil. Dort geht es auch um Zivilcourage. Man sollte anderen helfen, wenn sie Hilfe brauchen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017